Herzlich Willkommen Leute, hier ist euer Sebastian, euer GamerNaber und zwar mit einem kürze kleinen kurzen Infovideo, nämlich warum gestern kein Video kam und warum nur heute das und warum in nächster Zeit keins kommt und zwar mache ich eine wieder eine kleine Pause, jetzt aber nicht unbedingt wegen keine Ahnung keine Lust oder was auch immer oder Kreativpause, sondern dass ich zur Zeit ein bisschen Stress auf der Arbeit habe und ich nicht wirklich hinterher komme aktuell irgendwie aufzunehmen noch nach der Arbeit, wenn ich dazu komme oder auch wirklich gerade den Nerv dazu habe und ich aber und auch merke so, ach Gears of War kommt nicht ganz so bei euch an, ist für mich auch ein bisschen tatsächlich, könnte man sagen schwierig aufzunehmen, Story okay geht ja schnell, scheint aber die meisten von euch nicht so zu interessieren, daher kann ich mir auch im Grunde da die Liebesmühe schenken, da die Story aufzunehmen ist, dass ich dann und wieder, dass der Multiplayer halt sehr schwer ist und das weiß ich halt auch und es ist ein Spiel, wo ich halt ziemlich oft Rage und ich glaube das kann, das würde mich zu sehr deprimieren, wenn ich mich da hinsetze, fünf, sechs Runden aufnehme und davon einige ordentliche Small kriege oder verliere, weil das nun mal ein Spiel ist, wo das mal so hin und her geht und ich glaube das würdet ihr nicht wirklich sehen wollen, versuche ich aber mal, bin ich am überlegen zu gucken, ob ich wenn dann Gears of War im Multiplayer nicht mal auf meinen Kanal streamen kann, da muss ich aber gucken, wie das mit der Xbox One und so und der Elgato so alles funktioniert, ist aber, dass es bis zum 21. geht, lass mich nochmal eben schnell gucken, bitte, ja bis zum 21. da kommt Battlefield One raus und da habe ich gesagt, Battlefield One bin ich egal, wie es in Anführungszeichen läuft, ich hoffe natürlich gut und dass es genug Leute interessiert, auf jeden Fall am Start und werde da meine Multiplayer-Runden wie dann dementsprechend auch wahrscheinlich die Story hochladen und zum 25. hin startet wieder, oh startet, was heißt wieder, jetzt kommt dann die Closed Beta zu Gwent Switcher Card Game, wo ich hoffe, dass ich da reinkomme, um natürlich da aber, wie ich schon erwähnt habe, werde ich das größtenteils streamen und da eventuell immer wieder ein paar Folgen, aber wenn ich tatsächlich schon Geiz mache, Geiz zu hochladen und wenn ihr euch gerade auch wundert, wie so ist das jetzt in so einer Kammerperspektive, wo ist mein Greenscreen hin, mein Greenscreen liegt oben auf dem, also über mein Zimmer habe ich so eine Art kleinen Dachboden und da liegt er gerade, denn für die kommenden Projekte zumindest, wie jetzt gehst du vor, was eigentlich angedacht war, was aber ja, wie gesagt so auf der Kippe steht, brauche ich für Battlefield One auch meines Erachtens nach keine Cam, sei es jetzt, ob ich jetzt streame oder da jetzt natürlich meine Multiplayer oder Story hochlade, dazu brauche ich keine Cam und ich wollte mal wieder ein bisschen Platz in mein Zimmer haben, auch wenn ich natürlich Gwent streamen werde, werde ich halt einfach ein kleines Fenster irgendwo in der Ecke machen, man sieht mich ja und das reicht ja, so, wie gesagt, es wird eine Pause geben, die ist jetzt im Grunde ab morgen genau eine Woche lang bis Freitag, oder wer sagt Freitag wird ja schon, und dann, wenn ich hoffentlich schnell genug bin und früh genug von Arbeit da bin, direkt Belfield One aufgenommen und hochgeladen, ich werde es ja wie gesagt auf PC spielen, da ja keine Möglichkeit für mich schon drei, vier Tage, wie auf der Konsole schon reinzuschauen und da was aufzunehmen oder auch pünktlich irgendwie oder früher hochzuladen, da werde ich halt wirklich am Freitag dann hochladen, ja, das ist das, was aktuell der Stand ist und dann würde ich sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall auch eine schöne Zeit und würde dann sagen, wir sehen uns dann spätestens nächste Woche Freitag, Leute und ich hoffe, ich werde da was von euch lesen können, haut rein!